So, die Übung von Lisa Skinner am Boden, die wollen wir Ihnen schon noch nachreichen. Denn die war sehenswert. Und die hat auch das Publikum hier richtig zu Beifallsstürmen hingerissen. Sie ist auch im Finale an diesem Gewinn. Und die hat noch den Sprung vor sich. Also ich bin schon fast ein bisschen geneigt zu sagen, Daumen drücken für Lisa Skinner. Das war's. Ja, reife Leistung nach der Enttäuschung mit der Mannschaft. Ein tolles Comeback von Lisa Skinner. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.